Hallo zusammen und willkommen zurück, heute mal wieder mit einem kleinen, nun ja, Cheat-Tutorial für Minecraft könnte man es nennen, aber das bleibt euch überlassen, was ihr da mitmacht, okay? Wir wollen heute nicht nur Sachen in unser Inventar ablegen, sondern wir wollen sie auch noch verzaubern, ja? Und dazu machen wir einfach mal folgendes, den Teil hier, ach so, apropos das, das wollte ich eh noch sagen, das hier, was alles Code ist, was aber jetzt vielleicht verwirrend sein könnte für Leute, die nicht alles gesehen haben von der Playliste und was wir jetzt hier nicht dringend brauchen, das packe ich in eine separate Datei, die ich euch später dann zur Verfügung stelle. Die ist auf GitHub, GitHub ist in den, ach ja, das kann ich schlecht machen, GitHub ist in den, ähm, beziehungsweise in der Beschreibung verlinkt, das könnt ihr einfach drauf zugreifen und wie ihr sehen könnt, ist das einfach wirklich der Code, den wir hier geschrieben haben, müsst ihr euch halt quasi zusammen glauben, was ihr da so braucht. Zum Beispiel hier dieses Remove oder das Contains, das will ich jetzt hier gar nicht, dafür will ich hier zum Beispiel ein bisschen was ändern, deswegen lasse ich das jetzt drin, okay? Okay, letztes Video ist, ähm, gewesen, wir haben 64 Diamanten eingefügt in unseren, in unseren Stack und haben dafür einen ganz tollen Award bekommen. Ich finde, wir haben auch einen Award verdient dafür, dass wir uns das selber programmiert haben, ist fast noch anstrengender, als wenn wir das selber meinen würden, von dem her, ähm, ja. Gut, und wir können hier jetzt tatsächlich hergehen und zum Beispiel auch ein Diamantschwert nehmen, ja? So, wo ist es denn? Ah, Diamond Sword, da ist es. So, und jetzt haben wir ein Diamantschwert und ja, jetzt können wir hier tatsächlich das Ding auch noch verzaubern. Selbstverständlich machen wir das hier raus, weil wir einfach nur eins haben wollen, okay? So, das heißt für uns aber erstmal, ein Item ist auch immer ein Item-Stack, okay? Es wird immer als Item-Stack behandelt und wir können jetzt diesen Stack, in Anführungsstrichen, dieses Schwert hier verzaubern, indem wir ganz einfach sagen, Stack, Punkt, und jetzt können wir hier einfach über Enchantments, alle Enchantments auslesen, wenn wir das wollen, oder wir können ein Enchantment draufpacken, ja? Und alle Enchantments findet ihr unter Enchantment, Enchantment, Punkt. So, und jetzt könnte ich hier tatsächlich alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt hier ein Arrow-Damage draufpacken, Arrow-Fire, wobei ihr vielleicht Probleme kriegen werdet, weil das Ding ein Schwert ist. Das könnte also irgendwann mal zu einem Absturz oder sowas führen, deswegen wäre ich da vorsichtig und würde natürlich nur, nun ja, sinnvolle Enchantments draufpacken, okay? So, und jetzt können wir hier, was packen wir drauf, was machen wir denn Schönes? Ja, wir nehmen das, na, wo ist es denn schon wieder hin? Fire-Aspekt, warum eigentlich nicht? Und ja, damit haben wir das auch schon, jetzt können wir da auch noch die Anzahl eingeben, beziehungsweise das Level, Entschuldige, nicht die Anzahl, das Level eingeben, wir machen hier mal Level 1 da drauf und ja, dann können wir das eigentlich so ins Inventar ablegen und das machen wir, wenn der Spieler quasi dem Server hinzugefügt wird, beziehungsweise wenn er einfach beitritt. Genau, und das ist eigentlich auch schon das, was wir machen wollen. Jetzt wollen wir natürlich hier noch ein bisschen was mehr machen, als nur die Enchantments und zwar Metadaten von Items. Und Metadaten sind ziemlich cool, wir können nämlich hier jetzt einfach unser Schwert umbenennen, okay? Das heißt, wir können hier tatsächlich sagen, wir holen uns die Metadaten, Metadaten sind sowas wie Namen oder sowas, Metadata ist gleich, äh, ja, diese Metadaten auch verändern, das heißt, wir können Metadata Punkt sagen. So, und jetzt sehen wir hier einige verschiedene Dinge, die vielleicht nicht ganz so interessant sind. Hier sehen wir aber zum Beispiel Enchantments oder Display Name, Is Unbreakable können wir übrigens auch setzen, das können wir auf True setzen zum Beispiel, das heißt, ihr könnt alles Unbreakable machen im Endeffekt. Ähm, was nehmen wir denn hier? Hier, das hier wollte ich den Display Name und der Display Name ist quasi das, was angezeigt wird. Und das ist das Coolste, was wir machen können, das heißt, wir können hier einfach sagen, ähm, mein unglaubliches Schwert, ja, weil das Schwert ist natürlich unglaublich. Ah, und hier sehen wir jetzt einen wunderschönen Fehler, das ist in Minecraft einfach so implementiert, das kann man so einfach nicht überschreiben, ja. Wenn ihr da drüber fahrt, seht ihr hier, Val cannot be reassigned, ja. Das bedeutet so viel wie das Ding darf ich nicht beschreiben, ich darf da nicht mein unglaubliches Schwert reinschreiben. Da gibt es einen kleinen Trick, äh, manchmal zumindest hat man die Möglichkeit, eine Funktion namens Set Display Name aufzurufen oder Set, was auch immer der Name von eurer Variablen ist und dann könnt ihr hier einfach das da reinpacken und ja. Gut, jetzt brauchen wir hier eine kleine Kotlin Eigenart, das Ding kann Null werden, das heißt, wir packen hier ein Fragezeichen rein. Falls das Ding Null ist, dann, ähm, brauchen wir, oder dann setzen wir natürlich auch keinen anderen Namen für das Ding. Falls es nicht Null ist, setzen wir einen anderen Namen. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was Null ist, der möge sich bitte meine Kotlin-Reihe angucken, da habe ich das relativ lang und breit erklärt, ich glaube, es ging schon manchen auf den Sack. Und ja, dann fügen wir das Ding hinzu. Ähm, wir müssen allerdings vorher noch die Metadaten übernehmen, das heißt, wir können hier sagen, ähm, Stack.metadata, item.meta ist gleich Metadata. So, damit überschreiben wir die quasi. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man das mittlerweile noch braucht. Das kann sein, dass das sowieso rausgefallen ersetzt. Okay, dann lasst uns mal das Ganze kompilieren und dann in unseren Server einfügen. Wir schauen uns das mal an. und das machen wir wie üblich mit dem gradle w bzw gradle w und dann natürlich das kopieren und das start und der läuft noch gut sie vergessen das neu starten selbstverständlich und ja dann warten wir kurz so server läuft jetzt join mit dem ganzen achtet darauf dass dieser event hier ausgelöst wird wenn wir dem server beitreten okay über mehr events reden wir noch in zukünftigen videos gut also wir treten dem server bei warten ganz kurz und da sind wir und jetzt sehen wir hier dass wir ein neues schwert haben und das ding heißt mein unglaubliches schwert und hat den feier aspect 1 ja ich denke ihr könnt verstehen was das tut genau das coole ist eben dass wir jetzt auch noch umbenannt haben sprich ist es wirklich nur euer schwert das ist was ganz besonderes nur für euch so könnt ihr natürlich jetzt auch noch wirklich sehr sehr eigene items erstellen die wirklich nur bei euch quasi sind das ist ziemlich cool finde ich und ja das war es eigentlich auch schon wieder von meiner seite wir hören uns beim nächsten mal bis dann ciao